Hallo und willkommen zurück hier auf Alguero. So, wir haben ja jetzt auch ein paar Bärchen im Inventar. Ohja, das ist nicht immer so schlecht, aber so ein bisschen Gammelfleisch haben wir. Und das heißt, wir können, nein, das wollen wir. Oh, da ist auch noch was drin. Wir können erstmal wieder ein paar Nacko-Pfeile herstellen. Das gefällt mir. Wir können uns somit einen Triceratops schnappen. Aber ich glaube, dass sie laut auf sind, aber sei's drum. Wir fahren einfach mal okay. Ich glaube, das ist super satt. Und das. So, so, so. Oh, das brauchen wir nicht mitzuschleppen. Das glaube ich auch nicht. Erstmal ein paar Nacko-Pfeile herstellen. Und uns mal noch einen Gesundheitspunkt vergeben. Ja. So. Nacko-Pfeile. Wo sind sie denn? Versteckt. Hm. 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 Cool. Bist jetzt überblättert. Also nochmal in Ruhe. Da sind die normalen. Hm. 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 Ach, die heißt doch glaube ich Betäubungsfeile. Genau. Ja. 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 Jetzt machen wir durchrappern. Wo können wir denn eigentlich... Da sind alles drin. Das kann raus. 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 Regeln. Oh erstmal noch nicht. Fort. So. So. Erstmal genug zu mampfen. Kleine. Stroh lassen wir mal lieber. Lädel lassen wir hoch. Fasern brauchen wir nicht mehr zu schleppen. Ach, das ist mal drin. So. Und da brauchen wir schon wieder. Du levelst ja jetzt hier vorwärts mein Freund. Ich darf erstmal nur hier so ein bisschen schleppen können. Und drei Rauschgeschwindigkeiten. Ja. Oh ja. Na ja. Läuft ein bisschen schnell. So. So. Achso. Na gut. Das Zeug kann ich aber drüben sammeln. Für das Zehmen. Jetzt bin ich doch schon wieder hinter... Nein. Was ist da rüber? Da. So. Hm 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 hm. Warte mal. Bin ich jetzt komplett irren? So. Das wird doch ein sonderes Zuhause. Bin ich schon mal sehr schick. Was war das jetzt hier? Äh. Da ist die zweite Insel. Hä? Boah. Ich und meine. Ja ja. Hier war das. Ach. Wenn ich mir mal was merke. Ja. Können wir da nämlich auch ne schöne Brücke rüber bauen. Muss mal ein Checkup machen. Hm hm. Ja. Das wird dann auch mal gefahrlos hier rüber huschen können. So. Wir gehen gleich mal da rüber. So wie's deine. So wie's deine. So. 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 jetzt muss ich mal überlegen. Wir brauchen. Wir brauchen. Machen mal. Sechs von den Dingen. Wir brauchen auf alle Fälle ein Tor. Ein Tor. Ah. Das ist glaub ich die Tür ne. Doppeltür. So. Das ist most hoch. Ne. Eigentlich vielleicht reicht das auch wenn wir. Hm. Fünf hoch. Drei hoch. Einz hoch. Für die müsste das doch eigentlich reichen. Ist das eigentlich. Achso für den Zaun. Ok. Wie viel können wir machen. Fünf. machen wir einfach jetzt ist ganz was simples aber wir brauchen ja trotzdem könnte ein bisschen so zu Jetzt holen wir mal unseren... Wir werden mal zu dieser zu dieser zu dieser Strohhöter, die ich da so aufgepasst habe gehen und das da irgendwie aufbauen Genau, hier ist das ganz gut So Jetzt kann man mal gucken, das kann ich eben schon mal rüberschieben Das auch Die Früchte Die Früchte brauchen wir ja zum Da brauchen wir denn die Guten Okay, jetzt... Wieso bin ich immer noch so schwer? Achso, ich hab dieses ganze Glück da noch Achja... So Na, gucken wir mal Wo ist dieses Tor? Das ist doch das große Das ist doch das große Oder Wieso Die Bautölle nicht da Das ist doch Wie seltsam Dann Wir gehen uns nochmal hier Ah, das Die Nö Hm, Moment... Ah, ja... Nö, auch nicht Hä Hä Wieso ist denn denn nur dieses Riesenton? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Uff Bah, ich mein' das Ja So Und machen gleich noch ein paar Zwei Gut, na mal gucken, wie man ihn kommt Jetzt bräuchte man eigentlich noch ne Rampe Damit das Viechtach Auch reingehen können Die legen wir mal rüber Die auch Die auch So Dafür nehmen wir uns die 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 Jo So Mal gucken wir mal So Ich bin gespannt So Ich bin gespannt So 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 weit So gut Und das Tor Wenn das jetzt das Riesentor ist Ne Das ist doch alles recht Nö Wie auch immer Oh Oh Das passt Da kommt der auch rein Da brauchen wir nicht mal ne Rampe Na was ist Was sagt's denn Das lebt doch So Ich glaube zu wenig von den Zu wenig von den Ähm Das können wir gleich mal 10 Sekunden 5 Sekunden 1 2 Lass mal auf 5 Sekunden Probieren wir mal So Das könnte sein Das ist nicht leicht So So Sag mal Hallo Ach du Ach du Hm Nochmal Sag mal Mein Freund Was ist denn das Die snappen alle so schön Wieso du nicht Was ist denn dein Problem mein Freund So So Jetzt ist die Frage Marschiert der da drüben Wohh Wohh Bleibt der hängen Ja gut Wir finden's raus Gucken wir mal Hmhm Juhu Aber das heißt Wir brauchen ja eigentlich den Mann zu piksen Wieso denn Na Na Da drüben waren die doch irgendwo Die Kameraden Na Wir brauchen es später Häh 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 Das ist Häh 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 Das ist Häh 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 Das ist doch der Höööre, ne? Wieso das? Wir gehen jetzt mal hier schön langsam voran. Uh, vielleicht doch ein bisschen schneller. Na komm. Jetzt muss ich schon mitkommen, mein Freund. Ja, brauchst mich nicht zu hauen. Also. Hier bin ich. Wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Da sind wir. Na komm doch. Ich bin ja nicht sauen. Ui, da passt dich rein. Tor geht zu. Sehr gut. Ha! Der Kopf hängt da. Das war jetzt aber nicht geplant, das braucht ein Zufall. Aber man muss ja auch mal Glück haben, ne? Jetzt geht man alle Ruhe. Ja, ja. Ich hoffe es ist nicht noch ein Dritter da. Bei meinem Glück. Raucht hier bestimmt irgendwo noch ein Dritter. Nein. Was ist denn nun? Was ist denn nun? Hat er jetzt leider? Also der Bogen macht mich kürren. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn nun? Irgendwas hängt gerade. Ach, Server. Ist noch gar kein Reset. Irgendwie hängt das Server gerade. Ach, Mensch. Was ist das denn hier? Ja, das geht auch nicht. Geht alles nicht mehr. Mal gucken, ob er sich wieder einkriegt. Geht kurz gar nix. Aber wieso? Ja gut, manchmal ist es halt noch ein bisschen buggy. Das Ganze. Wir werden aber folgendes machen. Gut, dann machen wir hier an der Stelle kurz mal einen Cut. Der Teil ist es leider nicht ganz so lang geworden. Weil ich kann gerade nichts mehr tun. Das Server hat ein bisschen Husten. Und dann seht ihr auch. Und da ist er abgekackt. Gut, alles klar. Mal gucken, was das Problem ist. Sobald es behoben, sehen wir uns hier wieder. Zu arg auf Valguero. Es grüße euch so. Ciao, ciao.